hier ist nichts mehr war halt das da lasse ich da das stimmt ja wohl kohle was nichts auch nichts auch nichts flaschkohle und da ist leider auch nichts nun gut also hier ist doch noch was ho okay ich hab nichts gesagt nehm ich einfach mal alles mit so oh mein gott ja ich geh jetzt einfach mal einmal im kreis m vielleicht doch nicht h 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 Alter, ihr seht, meine Rüstung ist schon ziemlich down gegangen. Was, was, was? Die sagen irgendwas. Weg. Ah, okay. Okay, den Archer, glaube ich, als erstes töten. Oha. Also, die machen ja eigentlich so gut wie keine Geräusche. Fuck, Skelett. Die Leute, da oben sind ja auch welche. Oh. Da. Da. Ja, komm, stell dich. Okay, der hat, okay, der hat bitte irgendwelche Tränke. Aua. Ich muss was essen, ich muss was essen, ich muss was essen. Scheiße, wenn ich jetzt voll bin, dann müssen wir jetzt erst mal zurück gehen. Loll, da war irgendein. Oh. Oh. Okay, der hat ein... Lol. Von. Das ist ein Archer schon wieder. Und ein Schuss noch. Ich sehe hier Null. Die ganzen Betten, die spare ich mir jetzt einfach. Ich stehe jetzt überall eine Kiste drin. Okay, die sind immer anders aufgebaut. Soll das ein Gefängnis sein, oder? Bing, pick! Oh! Jawohl, ich habe Pfeile. Ich habe ein Bing, Pack, Pack. Endlich mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Jawohl. Endlich. Nach so langer Wartezeit. Okay, ich sehe gerade in der Mitte sind auch extrem viele Kisten. Hier ist Essen. Ich glaube, hier geht noch etwas rein. Yay, ich habe ein pinkes Backpack. Wuhu, da ist ein Zombie. Da kommt ein Creeper. Da ist nochmal ein Creeper. Hallo, was ist denn jetzt los? Wie komme ich denn da rüber? Und das gleiche gibt es auf der anderen Seite, oder gleich gegenüber nochmal. Das ist ja geil. Das ist ja mega geil. Erstmal was essen. Ich habe voll Hunger, irgendwie. Okay, erst mal den Creeper da hinten. Ups, das war daneben. Das war ein Treffer. Oh, Mama. Boah. Erschreckt er mich so. Okay, hier kannst du dich irgendwie, keine Ahnung was. Nein, da gehe ich nicht rein. Das ist bestimmt eine Falle. Ach, da hinten schlägt. Aha, schlau gemacht. So, hier ist nichts. Doch, eine Spinne. Okay, hier liegen Sachen rum. Hier ist auch noch ein Herz. Gut, ich denke, dass ich gerade wieder zu leise bin. Ich weiß nicht, warum. Ich werde irgendein Ende irgendwie immer leiser. Ich kann Ihnen echt nicht sagen, warum das so ist. Guck dir erst mal, was in den Großen noch reingeht. Hätte ich jetzt... Wahrscheinlich Platz verschwendet ohne Ende. Das kommt da... Ah, doch, das hat noch reingepasst. Das passt, glaube ich, auch noch rein. So, hier ist Kohle. Ach, siehste. Noch mehr Kohle, keine Kohle, noch mehr Kohle. Kohle, Gold. Kohle passt nicht mehr. Ja, gut. Jetzt weiß ich nicht, so wie den... den... den Schatten-Table mitnehmen. Ach, ja, komm. Da geht eine nicht. Ha, ha. Oh. Sehr gut. Gefällt mir. So, ist jetzt da oben noch irgendwas? Bullshit. Ich glaube, außenrum muss ich noch. Erst mal gucken. Ich weiß nicht, aber irgendwie räume ich immer gleich ein, wenn ich irgendwas habe. Ich weiß nicht, warum. Erst mal Spawner-Bahn. Ganz gechillt. Ach, das geht wahrscheinlich immer so im Kreis. Zweiler. Dumm's, die Dumm's, die Dumm's. Und wissen schon... Level 40. Ist ja überhaupt nicht schnell. Meteorite-Hammel, sehr gut. Freut mich. So, aua. Aua. Bevor mir aber, glaube, ähm... die zweite Burg, nenne ich es jetzt einfach mal, da drüben machen können, muss ich auf jeden Fall, glaube, heim, weil... meine Backpacks sind voll. Und dann mache ich mir, glaube ich, noch ein paar große. Weil, was willst du mit so klein machen? Was ist denn da eigentlich dahinter? Oh, nichts. Okay. Ich mache es wieder zu. So, da sind zwei, ein Archer und ein Walker. Ich weiß, was ich gelesen habe. Was ist denn das? Okay. Siehst du, das passt auch da alles noch rein. Ich hätte das jetzt alles in das neue, in das Pinke Backpack rein.